PEGI 18 Viele kennen die Legende von Kratos dem Sterblichen, der zum Gott wurde und die Mauern des Olymps zum Einsturz brachte. Doch es gab eine Zeit, bevor Kratos zu dem Monster wurde, das man als Geist Spartas kannte. Eine Zeit, in der ihn etwas anderes als blanker Zaun erfüllte. Eine Zeit, da Kratos trotz des zehrenden Wahnsinns den Blutei brach, den er einem ungerechten Gott geschworen hatte. Eine Zeit, da ihn die Fesseln des Blutes nicht länger zu binden vermochten. God of War Ascension Die Fesseln des Blutes Die Fesseln des Blutes Die Fesseln des Blutes Vielen Dank.